Und er ist unterwegs. Arena, macht euch bereit. Drei, vier. Auch das ist die Quali für morgen. 131,5 Meter, 130, 1,5 Meter. Rang vier im Moment für Kraus, minus 10,8. Auf McKenzie, Beuth, Klaus. Die große Überraschung, ein Kanadier immer noch vorne. Nummer 51, der Oldie, der seine besten Jahre schreibt.